Das ist Sebastian. Sebastian hat eine Dachgeschosswohnung in einem älteren Haus gekauft. Im Winter muss er mit seinen herkömmlichen Heizkörpern sehr viel heizen. Dadurch hat er kein angenehmes Klima in seiner Wohnung. Die Luft wird erhitzt, ist trocken und an der Decke wärmer als am Boden. Wenn im Sommer die Sonne das Dach erwärmt, wird es in seiner Wohnung viel zu heiß. Eine Möglichkeit zu kühlen hat er nicht. Mit der WUTEC Klimadecke können Räume nicht nur in Dachgeschosswohnungen, sondern in allen Wohnungstypen in wenigen Minuten geheizt und gekühlt werden. Durch die geringe Aufbauhöhe von 4 cm und das flexible Anschlusssystem ist die Klimadecke überall kinderlecht zu installieren und ohne zusätzliches Kühlmittel an jede Heizungsart anzuschließen. Die Klimaschläuche sind im Modul in die Gipskartonplatten eingeschlauft. Durch die geringe Dicke von wenigen Millimetern kommt die Wärme oder Kälte sofort im Raum an. Durch indirekte Strahlung werden Objekte im Raum erwärmt oder abgekühlt. Dadurch entsteht eine einheitliche Temperatur und dadurch ein behagliches Raumklima in kürzester Zeit. Vereinbaren Sie jetzt Ihr kostenfreies Beratungsgespräch.